Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Siam Rip, Kambodia. Ja, ich bin immer noch in Kampot unterwegs. Heute mal gesammelte Werke aus Kampot. Alle so kleine Kurzabschnitte, wo ich überall war und für einige wird es wieder ziemlich langweilig werden. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, aber das muss man ja auch als Creator sagen. Nein, es ist interessant, das Video und man kann es sich angucken. Ja, aber zuallererst möchte ich mich natürlich wie immer bei euch bedanken. Das ihr die vorigen Videos oder beziehungsweise das letzte Video doch so toll kommentiert habt. Und positiv vor allen Dingen, es war diesmal, ich glaube, keiner dabei, der sich da irgendwo aufgeregt hat und gesagt hat, Langeweile, also man, ihr bessert euch. Nein, ihr nicht, die anderen bessern sich vielleicht. Gut, ja, wie gesagt, gesammelte Werke von der Stadt Kampot. Auf die Kommentare kann ich momentan nicht wirklich eingehen, aus zeitlichen Gründen. Ich habe nicht die Zeit, wirklich nicht die Zeit momentan. Ich muss meine Bar machen, ich muss die Videos schneiden, ich muss wirklich alles, ich bin echt ausgelastet ein bisschen. Aber ich versuche auf irgendwelche Fragen dann immer in dem Folgevideo oder dem darauffolgenden Video einzugehen und alles so gut wie möglich zu beantworten. Im letzten Kommentar fand ich echt toll, wir wollen dich sehen, Tom. Ihr werdet mich auch wieder zu Gesicht bekommen, demnächst jedenfalls. Aber momentan habe ich noch jede Menge Material, wo ich auch nicht drauf zu sehen bin, von Kampot. Das werden vielleicht noch drei, vier Videos werden. Dann geht es weiter nach Kepp. Da habe ich auch sehr schöne Aufnahmen für euch. Und wenn ich dann in Kepp durch bin, dann geht es weiter in Sirmrib. Und wenn dann in Sirmrib alles durch ist, dann werde ich auch wieder live oder direkt zu euch sprechen. Ich hoffe, dass es meiner Gesundheit dann auch wieder besser geht. Ihr hört meine Stimme, ist immer noch nicht so hundertprozentig. Und so fühle ich mich auch. Ja, da müssen wir jetzt erstmal durch. Hauptsache, ihr habt überhaupt irgendwas zu gucken. Ja, was mir auch aufgefallen ist, Ich habe drei Wochen keine Videos hochgeladen. Da hatte ich dann 30 Abonnenten auf einmal mehr, obwohl gar kein Video neu hochkam. Jetzt bei diesen Videos, jeden Tag eins, da hauen mir zehn Leute ab. Warum auch immer. Ist es zu viel für euch vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder einfach nicht das Richtige. Oder aber ihr wollt den tollen, hübschen Tom sehen. Ha, das war jetzt ironisch gemeint. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist, wie es ist. Und da müssen wir jetzt zusammen durch. So, genug gebrabbelt. Ihr wisst Bescheid. Genießt die Stadt kapott. Aus der Videoperspektive. Ich melde mich am Ende des Videos nochmal bei euch. Äh, ja. Einfach zurücklehnen. Und die Bilder genießen. Und da sind allein jetzt, was ich ehrlich gesagt, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Herr Nullo, komm, 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 komm! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020